Willkommen zurück! Ich bin wieder da! Ja, 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 das ist toll! Ich kann jetzt Marco nachnachen. Ich komme von der Schule und schon wieder ist alles verdreht und bekehrt und selbst auf uns. Und ihr werdet dieses Video direkt im Anschluss des anderen sehen, was auch so viel zeitlich Sinn macht. Naja, egal. Oh, ja, und deswegen kriege ich das gut hin. Ja, und dann treffen lassen. Das passt super. Was? Machst du keinen Hohen Spur? Oh, ich hasse natürlich Mario in Klammern VIP. Mario, whatever. Ich lasse dich. Wieso müssen die immer in den perfekten Moment kommen? So. Nein! Einzelde Musik. Oh, ein Pixel. Super. Hast du toll gemacht, Mario. Schiebe dich. Ach, jetzt kriege ich auch das nicht mehr hin. Warum leckt das? Lecken ist uncool. Genauso wie runterfallen. Oder Boon. Genau Boon hieß der ja. Boon. Ja, das ist wirklich so. Du bist wirklich ein Boon, denn du bist doof. Denn du machst nicht, was ich sage. Obwohl, naja, egal. Ich sag ja nicht, du sollst runterfallen. Bau runter! Ja. Und jetzt lande auf dem Lock. Und jetzt lande auf dem Cloud-Block. Weil springen lässt sich nicht von den Dingern erwischen. Lande auf dem anderen Block. Nicht auf dem. Er hat falsch verstanden. Er hat falsch verstanden. Also ist nicht schlimm, er hat falsch verstanden. Springen. Diesmal kriegst du's hin. Ist klar. Was? Wann kommt der jetzt Betas? Äh, hm? Äh, ich mein, oder? Ja. Hä? Nein, nein, nein. Mowalwarp. Hedgehog. Hedgehog? Nein, Hedgehog ist evil. Nein! Mowal ist Mowalwarp. Lack. Stop lacking me to the death. Really? Because I die. Because of the skin, Lack. You create, my friend. I don't like you. Really? Oh, den hab ich verpasst. Scheiße. Nein! Ach Gott, warum springst du mich? Na ja, wäre nix mehr geworden. Was? Was? Wieso ist der jetzt da? Du, hä? Was? Die kommen, die waren jetzt diesmal so nah, Mann. Die freuen mich. Echt? Das ist jetzt aber verarsch. Ja, braucht er mich zu kriegen und läuft dabei in den Abgrund. Huha. Äh. Hör auf, mich zu picken. Was? Wieso recommendations mal uns später? Er gibt so viel Sinn. Buh-duhl registered. Buh-duh-duh-duh-duh-duh. Äh. Buh-duh-duh-duh-duh. Was? Mist, was, 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 was? Mist, ich war gar nicht tot. Mist. Buh-duh-duh-duh-duh-duh-duh. Buh-duh-duh-duh. Buh-duh-duh-duh-duh. Was?! Was?! Okay, jetzt nicht treffen lassen, jetzt nicht so doof sein und sich treffen lassen Jetzt Nein! Ja ... Nein! Rewind! Nein! Gut das die Atmos nicht mehr belegt ist, das wä unfäll gewesen Rewind ist kacke, aber ist nicht kacke, ist hilfreich aber Ist nicht hilfreich, wenn man grad was Tolles machen wollen und dann cheat you Was? Was? Du bist durch den Block geflogen, Mar-Boon. Zwar nicht viel, aber du bist durch den Block geflogen. Ganz sicher, hab ich doch gesehen. Verarsch mich nicht. Cool. Nein! Oh Gott! Du Hörner-Poteter. Dummer! Kleiner, blöder Typ, der sich Boon nennt. Und auch ein Boon ist, denn er hat nichts im Kopf und kann nicht richtig laufen. Er kann nur sliden. Er hat nicht gelernt zu laufen. Er kann nur über den Boden sliden. Das ist das einzige was er... Warum? Du perfekte Flampe! Wieso muss er grad in dem Moment kommen, in dem die Plattform kommt? Ist doch echt unglaublich. Das ist so bescheuert. Was? Lick mich! Bitte mal regelmäßige Abstände, okay? Ey, wo hat mich das denn bitte getroffen? Ey! Ich kotze. Oh, der ist echt ich. Oh, der ist echt ich. Oh! Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hab einen Pilzkopf! Ähuuu! Ja! Jetzt aber. Komm, 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 komm. Diesmal muss es klappen. Ansonsten schmeiß ich mich aus dem Fenster. Ähm. Ähm. Ja, ich mach mal eben ein Fenster auf und so. So, bin zurück. Okay, das... Das war jetzt nicht gut geschnitten. Oh ja, das war so gut geschnitten, dass niemand gemerkt hat, dass es geschnitten war. Was es ja auch nicht wahr. Hahaha. Was? Wieso fall ich durch den perfekten Koopa durch? Spiel, verarsch mich nicht. Ich mag verarschen, wenn ich... Stop clicking my... Fucking nice. Äh, äh, boah. Dieses bescheuerte Fuck Game. Was ist sowas? Das Spiel mag mich nicht. Ganz erneut ich nicht. Fuck, das war... Das war gut. Geil, 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 geil. Jetzt, nein. Spring. Jetzt. Ja. Ja. Ja, boah, boah. What? Äh, jetzt nicht abkacken, sonst mach ich Rewind echt. Uff, fff, fff, fff. Wow, 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 wow. Was? Wo hat mich das denn bitte getroffen? Nee, also... Das Spiel, wenn... Wenn mich das Spiel verarschen will, dann... Nee, danke. Äh, das ist die Freiheit überhaupt. Nee, warte, ich mach hier einen Safe State. Ja, toller Safe State. So, jetzt hier. Also, die Stelle müssen wir uns jetzt, glaub ich, nicht tausendmal nochmal ansehen. Und warum legt das jetzt jedes Mal da? Verfrückte Scheiße. Noch mehr Recht für einen Verfickten. Äh, dieser Verfickte Uhren sind da auf seinem Verfickten Scheißding. Äh, das ist doch... Das kann man nicht schaffen. Das kann man nicht schaffen ohne Größe. Wie hat mich das denn bitte getroffen? Äh. So, ich mach wieder mit Safe Sets bis zum nächsten Level. Was? So. Wow, 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 wow. Was? Was? Hallo, das hat man nicht mal gesehen. Ach, leck mich doch. Ey, man sieht die Plattform nicht mal. Äh. Das ist verraschend. Ey. Was soll das? Nee, komm. Nee, ich mach hier einen Safe State so. Ja. Ja, leck mich. So, jetzt Safe State. Ey. Das ist unglaublich. Die kommen nicht mal richtig. Was soll das? Ja, ist toll, wenn die falsch kommen. Ja. Äh. So, das war so geil. Ah. Oh mein Gott, ey. Okay, also die Idee, ohne Safe State hier zu spielen mit diesem Hack, das war, glaube ich, eine ganz scheiße Idee. Okay, da will ich aber einen Drehpunkt einsetzen, was allerdings nicht so gut geht. Darum... Nein, was ist das jetzt? Nee, ich mach den Drehpunkt auf. Leertaste. Dann. Genau, das ist gut. Das ist wirklich gut. Wow. Wow, 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 wow. Nein, nicht runterfallen. Okay, nach diesen Stunden, der... Was? Ja. Äh. Äh. Scheiß, Blattmann. Was? Mann. Komm doch mal richtig. Ich hab's ja nicht mal mitzeichnet. Das ist unglaublich. Nein. Piranha-Pflanze ist so toll, weißt du, ich mag dich nicht. Was? Ja, hallo. Was soll das? Wir können echt dafür, wenn die Piranha-Pflanze genau da rauskommt, wenn die da... Wenn die in die Plattform kommt. Da. Das hat doch noch gereicht, danke. Ey, die Abstände sind so gefeuert, ey. Hallo. Wir...